Willkommen bei Bandit Steve, mein Name ist Steve und wir spielen heute die dritte Staffel New Frontier von The Walking Dead für euch und starten in Episode Uno. Diese Entscheidungen bestimmen den Verlauf dieser Spielreihe. Die Geschichte hängt davon ab, wie du spielst. Ui, ist jetzt während des Ausbruchs. David, es ist David, hey. Hey, David, ich habe die Fahrzeuge, die Fahrzeuge, es ist zurückgezogen für miles. Er ist tot. Nein, nein, ich habe versucht. Du bist ein Scheiße, du kennst das? Ich habe versucht herzukommen, Mann. Bitte, ich habe versucht. Die Leute, die ihn lieben, all around ihm. Und er ist schade. Ich sehe die Panik in seinen Augen, und er ist schade. Wo ist Javier? Wo ist mein Kind? Michael, ich bin da, neben ihm, holding seine Hand, wie ein guter Kind. Und er hat mich nicht mehr gesehen. Er hat mich nicht mehr gesehen, weil er schaut für dich. Oh Gott, das ist ein Scheiße, ey. Du denkst, dass es ein Millionen Pläts gibt, wo wir lieber sein? Du denkst, dass wir alle mussten machen müssen? Er war mein Vater, auch. Okay? Ich meine, du bist nicht... Du bist nicht der einzige, der mit dem Thema beschäftigt. Und was ein guter Kind, du bist. Uncle Javi? Warum bist du kämpfst? Ich kann dich von innen. Was ist passiert? Gebe, ich bin nur aufgerüstet. Wir sind nur aufgerüstet. Immer noch innen hinterher. Immer noch innen hinterher. Gebe innen, Miho. Wir sind in einem Moment. Gebe. Es ist okay. Innen. Okay, also der Outbreak war er anscheinend noch nicht. Aber es muss schon ein bisschen losgehen, weil er sagt, okay, alles war voll. Irgendwie ist nicht durchgekommen. Ich meine, gut. Man kann ihn verstehen, ne? Irgendwie. Also sein Bruder. Ja, wahrscheinlich war das auch so ein bisschen überfällig. Irgendwie. Bruder-Dynamiken. Ich weiss tatsächlich nicht, ob er das jetzt irgendwie sarkastisch nimmt. Irgendwie kennt jetzt diese Heilung, kann ich mich mal penner, Alter. Aber. Wir sind mal erstmal. Wir versuchen es erstmal so gut wie möglich irgendwie durchzubekommen. Ich weiß. Ich war das. Für ein langes Mal. Du hast mehr verloren, als ich noch habe. Aber vielleicht kann etwas Gutes aus all das kommen. Weil wir brauchen dich hier. Es ist Zeit, um zu entwickeln. Du kannst nicht davon ausgehen. Nicht mehr. Tatsächlich hat man diesmal nicht so viel Zeit, sich zu entscheiden. Irgendwie der Counter ist relativ schnell weg. Ich will das glauben. Oh, hallo. Wer bist denn du? Ich bin so sorry, Javi. Ich bin so sorry. Danke. Lass uns in den Sinn gehen. Deine Mutter braucht dich. Das ist bestimmt die Frau unseres Bruders. Was hat sich passiert? Oder unsere Schwester? Wer ist sie? Hm. Wir schauen mal. Ja, wie beschissen muss das sein? Irgendwie. Du versuchst noch pünktlich da zu sein. Irgendwie wirst du auf ihr halten. Und bist nicht mehr pünktlich da. Du wirst das nie ändern können. Mama. Wo warst du? Ich habe versucht. Ich habe versucht. Ich bin so sorry. Er ist weg, mein Junge. Er ist weg. Er ist in einem besseren Ort, Mama. Mama, Hector sitzt hier. Was sind die Pläne für das Junge? David hat Arrangeungen mit deinem Vater gemacht, bevor er überrascht. Ich kann mich nicht verbinden. Sie sagen, es gibt kein Service. Cool gemacht. Ruhig. Ruhig. Oh, nee, 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 nee. The Walking Dead. New Frontier. Oh, nee. Irgendwie zieht die Klede da drin. Scheiße. Scheiße. Holt mich direkt ab. Nice. Oh, scheiße. Ja, nimm mal die Klede weg. Rafa? Como es ist so possible? Oh, je. Mach das. Oh, nein. Oh, nein. Der ist da confundiert. Oh nein, weg. Nein! Nimm doch die Hand weg! Oh nein, 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 nein. Okay, David scheint nicht gebissen zu wollen sein. Aber Mama ist gebissen worden. Oh, scheiße. 404! Grüß dich! Wir spielen gerade The Walking Dead. Gerade angefangen. In der Sicht gebissen. Scheiße, ey. Ja. Leute, ich denke, ihr kennt alle die Serie. Ihr wisst, du bist nie wirst du auch zum Zombie. Du kannst auch Glück haben, wenn du in die Hand gebissen wirst. Wenn du nicht schnell noch irgendwie die Hand oder in den Arm abtrennst. Kannst du noch Glück haben. Aber in Sicht... Ja. Und das Schlimme ist, der ganze Scheißgrill geht da gerade los irgendwie. Alle Straßen sind wahrscheinlich jetzt dicht. Die Krankenhäuser werden gerade komplett überankt werden. Und der Tod wankt durch die Straße. Ist er eh gebissen worden eigentlich? Er ist auch hier gebissen worden. Ach, du Scheiße. Na. Hack ab, das Ding. Los, schnell. Ach, Scheiße. Ach. Der nimmt mich ganz schön mit schon hier. 404. Ja, ey. Hab von der Serie noch nie, was sie sehen. Echt? Mach mal. Nehmt ihr mal. Ist wirklich geil. Geil. Und da läuft die Hörde. Gegenwart. Okay, sie lebt noch. Kavi, Ona. Sollen wir gehen? Wir haben nie so viele gesehen. Wir haben nie so viele gesehen. Ich glaube nicht, dass ich so viele gesehen habe. Es ist definitiv großartig. Ja. Nicht ein tolles Zeichen. Ja, okay. Wir mussten also unser Lagerfeuer verlassen. Tommy, ich lebe meine Wasserbottel. Hörde, sie kam da gerade. Hm. Nur unter vier Stunden. Komm, wir müssen weitergehen, bevor die Kinder schlafen. Ja. Alles klar. Vielen und viel. Danke, dass ihr uns schon gesagt habt. Bis denn. Viel Spaß euch. Okay, wir haben ein paar klägliche Reserven. Irgendwie. Die Kleine lebt auch noch. Vielen Dank. Ich habe nicht mehr viel gepasst. Wir fahren weiter. Für die, die dich nicht kennen. Immer, wenn wir uns irgendwie entscheiden. Irgendwie hat das immer Auswirkungen auf die Story. Selbst wenn wir uns jetzt. Irgendwie jetzt entscheiden können. Kurz vorm Ende. Erst deine Konsequenz zeigen. Das ist echt krass. Das ist echt krass. Viel sind wir auf jeden Fall nicht mehr. Wirkt die Kinder nicht. Was haben wir jetzt denn wirklich rum? Naja, komm. Beziehen wir durch irgendwie. Ich sage lieber Dankeschön. Ich sage nein zu drohen. Gabe ist drohling. Ich glaube, wir sind in der Klinik. Zieh durch, Mäuschen. Ich bleib mal lieber. Klar. Der wies. Der nächste Zombieangriff kommt. Nein, danke. Alles gut. Don't judge you. Nein, danke. Können wir. Können wir dich. Er war überzeugt. Aber ich konnte sagen, dass er sich über das Angst hat. Ich wusste, dass er mich versucht hat, mich zu verändern. Oder zumindest er hätte er geplant, dass die Kinder mehr verändern würde. Du weißt? Wenn es hilft, glaube ich, dass du ein guter Job machst. David ist auch tot. Ich versuche jetzt bloß einfach mal völlig intuitiv irgendwas anzuklicken, was so halbwegs mit dem übereinstimmt, wo ich sage, damit liegt der Chor. Ich kann es nicht ohne Gabe sagen, dass ich meine Mutter nicht sein, wenn er schrecklich ist. Er ist ein Kind. Puberte, Hormone. Als du mit den Böden bekommst, der ganze Welt beginnt zu schmerzen. Was bist du? Es ist toll, als ob es mit einem Blut-Undereweer verwendet. Christ, ich brauche mich zu schmerzen. Ich wusste, das war eine wunderschöne Transition. Ich wusste, das war eine wunderschöne Transition. Komm schon, Kate. Du weißt, dass wir das nicht tun können. Wer sagte, dass ich mit dir geschehen habe? Was? War der falsch schon? Eigentlich wollte ich den machen. Hey, Marianna. Du solltest du nicht schlafen? Ich weiß, dass ihr alle Drogen machen. Das ist ein ziemlich schweres Weg, dass es zu sagen, Marianna. Du kannst nicht Gabe sagen. Er ist der, der mir gesagt hat. Oh mein Gott, du hast sogar in der Auto? Alles klar, alle schrauben die Tür, bevor wir alle kommen. Wirklich nur so ein... So ein Nerv-Tino, Alter? Ach, Schande, ey. Na, das kann er mal klären. Wo fahren wir eigentlich hin? Was ist unser Ziel? Wo ist das mit dem Rest passiert? Auf jeden Fall auch schon mal geil, wenn... Haben wir irgendein Ziel? Ach, ich hab noch schon mal eins, wie ein Toto mitgenommen. Tja, ist sie jetzt... Ist sie jetzt die Frau unseres Bruders? Ist sie. Okay, geht's noch nicht so gut. Wo ist die Zeit für dich? Willst du einen Moment alleine, Mari? Ich versuche, dass ich eine Kandibar finde. Okay. Was brauchen wir eigentlich? Eine Kandibar? Du brauchst, Marianna. Nicht Wunsch. Du brauchst Essen, du brauchst Wasser, du brauchst Medikamente. Du brauchst alles, was du bekommen kannst. Na, wir beginnen mit etwas Gas. Dann gehen wir von dort. Mhm. Ach, du Schande, Alter. Ich hab noch einen Kuhfuß... Oh, eh! Ah! Los, tritt! Mach... Oh, Mann! Gib ihm! Oh! So, bist du noch nicht 18, solltest du geschleunigst von dem Kanal runtergehen. Und bei Bibis Beauty Palace von mir vorbeischauen. Okay, das ist cool. Aber nicht hier. Komm wieder, wenn du in der Angst bist. Oh, Jesus. Es endet nie mit ihm. Ich hasse, wenn sie so kämpfen. Ich hasse es wirklich. Es ist wie... Alles, was Gabe will, ist zu diskutieren. Es ist egal, was es geht. Okay. Bleib stark. Ich weiß, das ist, was Familien tun. Sie kämpfen, sie machen. Sie kämpfen, sie kämpfen. Sie kämpfen, sie kämpfen. Sie kämpfen, sie kämpfen. Ja, aber... ... die Batterien sind weg, seit ein paar Wochen. Ich mache sie meistens für Sie. Es ist einfacher, dass Sie sich auswählen. Es ist einfacher, dass sie sich auswählen. Hm. Sie kämpfen, sie kämpfen. Sie wissen nicht. Sie wissen nicht. In den letzten vier Jahren, die Leute verholten, all kinds of shit, in all kinds of places. Oh, und Mari, wenn es keine Probleme gibt, findest du eine dieser Autos. Ja? Lock dich in und nicht raus. Nicht einmal, wenn es quiet ist. Und warten so lange, wie du kannst. Okay. Gut, Frau. Gut, Frau. So, okay. Das sind die Punkte hier vorne, mit denen wir interagieren können. Ansprechen... Ihr könnt den hinten ansprechen. Wer ist denn da? Na, wir gucken mal erstmal hier vorne hin. Also unser erster Ziel ist, wahrscheinlich erstmal hier irgendwie... ... was zu fehlen. Benzin. Die Punkte sind weg. Ah, das Ding ist tot. Das Ding ist tot. Musst mich auch erstmal... ... stubsen. Ach, hey, wer weiß, was da drunter ist. Erstmal vielleicht angucken. Oh, das ist gross. Ja. Sollst du ja auch kein Küsschen rufheben, sollst du einfach mal mit dem Fuß dann so ein bisschen wegschieben. Okay. Jetzt bin ich sorry, dass ich das gemacht habe. Okay. Sprechen wir sie nochmal kurz an. Hast du nichts gefunden? Ich kann nicht stoppen, über diese Hörde zu denken. Wir haben ihn getroffen und... ... und das ist es. Frieden, Scheiße. Du kannst deinen Weg aus dem Weg aus. Und wir sind in Sekunden weg. Hey, nicht über das. Wir sind vorsichtig. Wir sind smart. Wir bleiben vor ihnen. Gute Tattoo hast du. Ah, hier ist nur Dreck. Ich dachte, hier ist ein Tattoo. Wir werden das nicht passieren. Okay? Okay. Ich lasse es fünf Minuten haben. Okay. Ein bisschen Absturz jetzt hier auf Majorna, oder wie? Wirst du los hier? So, okay. Kann man noch was... Irgendwie hier interagieren. Hier hinten haben wir noch... Was haben wir hier? Stapel Reifen. Den gucken wir uns mal an. Boah, wenn ich hier oben schon wieder sitzen sehe. So ein Quengeltini, ey. Ach. Ich glaube nicht, dass diese Fahrzeuge der Van fitten würden. So, hier hinten haben wir eine Leiter. Wir sprechen mal eins kurz an. Irgend so was wird kommen. Was ist da passiert, Junge? Ich bin in einem schlechten Mood, okay? Ich wollte es weggehen, aber... er wird nicht. Ich wünsche nur, wir waren immer auf der Straße. Ich liebe es, mit anderen Leuten zu sein. Ich bin einfach... Wir waren in diesem Auto, so verdammt lang. Der A.C. hat nicht in Jahren gearbeitet. Und dann... Es war mein letzte verdammt Tape. Wir haben immer noch einander. Das ist besser als nichts, oder? Ich weiß nicht. Vielleicht lass mich allein. Okay. Aber wenn du später zu sprechen möchtest, dann bin ich... ...dann. Tja, in der Serie halt mal tatsächlich ein schöne Zitat zu Teenager angesehen. Teenager sind wie Satelliten, ja? Die quasi... ...auf die dunkle Seite des Mondes wandern. Und wenn du Glück hast, ja? Kommen sie zurück und dann empfängst du mir ein Signal von denen. So ungefähr muss man sich die Kommunikation mit dir vorstellen. Absaugen! Komm! Sauget! Bingo! Dreimal, schwupps! Und schon ist der Kanister voll. Super! Wir haben also Sprit schon mal gefunden. Das ist doch schon mal ganz gut. Vielleicht finden wir jetzt auch noch einen Schokoriegel. Würde ich gut finden. Aber auf dem Schrottplatz... Ich weiß nicht. So, hier vorne konnten wir noch hinlaufen. Ich... ...würde tatsächlich bevor ich auf die Leiter klettere. Ich würde mal erstmal gucken, dass ich den Benzinkernister vielleicht wieder zurückpacken kann. Und... ...dann schaut mir die anderen Sachen an. Wenn nicht, dass jetzt hier irgendein Zombie kommt oder irgendetwas und ich muss... Warum kann ich denn nicht mehr zurück? Warum geht denn? Warum kann ich denn nicht mehr zurück? Was ist denn das jetzt für eine Scheiße? Ich bin noch hier lang gekommen? Ich bin noch von hier gekommen? Hallo? Wolle, ob ich von hier gekommen bin. Ich bin von hier gekommen. Kurz mal in Panik geraten. So, hier vorne müssen wir uns ohne... Oh, hier. Ohne was absaugen. Ah, wahrscheinlich müssen wir hier mehrere Autos absaugen, bis der voll ist. So, einmal schlürfen. Come to Papa. Come to Papa. So, das ist die schwedische... P-Pumpe? Wunderbar. Wir müssen mehr finden. Okay, also wir können es doch nicht einfach zurückbringen. Ah, dann müssen wir noch ein bisschen umlaufen. Na gut. So, hier vorne. Äh, in der Mülltonne. Oh, ne, Treibstofftank. Das sieht gut aus. Achso, hält nicht an? Okay. Gut. Muss ja nicht. Bitte, puff. Das ist schlecht. Okay. Hier können wir anscheinend nicht viel machen. Dann müssen wir wo zur Leiter. Oh je. Müssen wir hier nachher durch. Ich sehe doch schon eine Fluchtszene. Too risky to search up there. Doesn't look stable. Oh, hei. Looks like there's more to see up here. So, lieber Chatik. Würde euch natürlich, sobald ich die Zeit habe, so wie jetzt zum Beispiel, äh, auch mit gerne in die Entscheidungsfindung einbeziehen. Ja. Wie jetzt zum Beispiel. Sollen wir hochklettern oder sollen wir bleiben? Ne, also wir wissen, wir haben jetzt noch nicht genug Benzin. Sollen wir jetzt das Risiko eingehen, eventuell das, was wir haben, zu verlieren? Oder noch nach mehr zu suchen? Und eventuell mit einem volleren Tank zu kommen? Ihr Lieben, schreibt es mir mal kurz in den Chat drin. Sollen wir bleiben oder sollen wir hochklettern? Weil wenn wir schon mal hier die Möglichkeit haben, etwas mit Zeit entscheiden zu können, irgendwie, wie gesagt, würde ich euch gerne mit einbeziehen, ihr Lieben. Und hier muss sich auch niemand für Interaktion schämen. In den paar Stunden. Mehr ist besser. Ah, ich sehe, ihr seid knallharte Draufhänger irgendwie und scheut kein Risiko. Ihr fallt mir, ihr kleinen Rebellen. Wunderbar. So, aber eine Sache mache ich noch mal ganz kurz. Ich werde mal ganz schnell. Mal das Setup noch kurz umändern. Juti. Okay, dann würde ich sagen, let's do it. Boah, den Fängelscheißer mitnehmen? Oh, warum denn? Warum er? Oh nein. Hm, jetzt müssen wir... Ach, hey. Ach, und ich sehe schon wieder die Möglichkeiten. Benzin. Gabe. Ist klar, dass ich Gabe sofort zurücklasse. Sofort. ein Krankenwagen. Oh, jetzt sieht die schlechte aus. Ah, könnte aber auch einer drin sein. So, wir öffnen mal erst mal. Shit. Ist lockt. Hm. Okay. Alright. Hier geht nichts. Ich wollte kurz noch mal gucken, ob man eventuell doch noch weg kann. Und eventuell den Schlüssel holen kann. Nicht, dass man jetzt hier was abbricht. Kann nämlich auch passieren in so einem Spiel, ne? Da denkst du auch, der offensichtliche Weg ist der, der es bringt. Und dann verseierst du damit. Schau an all diese Fülle. Schön. Was sind das für Räuchern? Ne, fällt mir nicht. Das wird eine Weile dauern. Achso. Okay, er hat jetzt mit Unterdruck da ein bisschen mehr dran gezogen. So, okay. Kommen wir hinten rein. In den Krankenwagen. Ansehen. Vielleicht. Aber... Oh, gut. Vielleicht finden wir irgendwo den Schlüssel. Hallo. Ist, äh, Senti Ludovs da? Shit. Ja, da ist schon einer von ihnen. Oh, cool. Ah, hi. Sah so ein bisschen aus wie... Dad. Gabe. Stay close. Hm. Oh, ne Hütte. Ah, so. So ein Bumseer verschlacht. Mann sagt, ein langes Zeit vor. Ah, schade. Uh. Ah, das... Wurde schon halt so... Ziemlich cool aufgebaut irgendwie. Und man merkt schon... Ah, hier fahr. Hier fahr. Nein, sie? Oh. Oh. Oh, schau mal an. Keller, ne Luke oder irgendwas. Locked. Oh. Oh, schau mal an. Oh, schau mal an. Oh. Oh, schau mal an. Okay. Okay. Muss ich jetzt irgendwie... Gabe aufs Dach klettern lassen oder irgendwas? Ach ja, das sieht schon fast so aus. Kann ich denn hier irgendwie raufklettern? Nein, die Grashalme sind zu stark. Konnte ich dran vorbei. So. So. Hier komm ich raufklettern. Guck mal an. Dann scheiß du hier ja nicht mehr vorbei. Das ist ja toll. So. So. Geht er hier jetzt ziemlich hoch oder was? Weil ich steh'n hier los? Oh, was haben wir hier? Aha. So, lass mich raufklettern. Ich raten, ich passe nicht drin. Oh, doch. Aha, okay. Wir kommen durch die Luke hoch. Verstehe, verstehe. Ich dachte, da hat sich einer so einen kleinen Bunker gebaut oder so weiter. Hm, sieht das mal friedlich aus. Cool. Schrei mal nicht so rum, Mann. Aber es sieht gut nach vorne hier hinten aus. Oh, kein Muertos. Kein Muertos. Oh, nee. Pack's doch nicht weg. Okay. Just be careful. Just be careful. Okay. 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 Ja. Vielen Dank.